Und dann kommen wir jetzt zum Top-Thema. Und das ist eigentlich quasi eine Kombination aus allem, was wir in dieser Sendung so haben. Es hat ein bisschen was mit Marke zu tun, mit dem 9-Euro-Ticket, den Punks und Minister Lindner, der sich entschlossen hat, auf Sylt zu heiraten. Das ging ja ordentlich durch die Medien, nachdem von TV Total ein Moderator einige Dinge herausbekommen hat, die ich auch persönlich schon ziemlich krass finde, so es denn stimmt, dass 137 Scharfschützen nach Sylt kommen, da macht man sich dann schon so seine Gedanken. Ist das eine Demokratie, in der man leben möchte, wo sich die Regierung auf einer privaten Veranstaltung so dermaßen schützen muss vor den eigenen Menschen, dass Scharfschützen mit auf eine Ferieninsel kommen müssen, dass Security aufgefahren wird, dass Halbkeitum abgesperrt wird. Das kann irgendwie nicht so ganz im Sinne des Erfinders sein, passt aber irgendwie zu unserem heutigen Zeitgeist. Wir hypen Dinge und wir eskalieren. Wir eskalieren zwischen Gut und Böse. Es gibt nichts dazwischen, es gibt kaum noch Farben. Wir digitalisieren unsere Meinungen und unsere Emotionen. Das ist ein erhebliches Problem. Und das sehen wir hier auf Sylt sehr, sehr deutlich. In jeder Diskussion, in der Diskussion um die Panker an der Wilhelmine, es eskaliert immer. In der Diskussion um die Markenrechte, Röhmhard, Clark Himming, Leverdur der Slav, da werden Dinge versucht zu privatisieren, die allgemein gut sind. Und genauso wie Politiker sein irgendwie ein Allgemeingut ist und im Einklang mit der Bevölkerung zu sein hat, aus meiner persönlichen Sicht, werden die Gräben immer größer. Es gibt die eine Seite, es gibt die andere Seite und es gibt nichts dazwischen. Dabei ist die Welt eigentlich nicht so einfach. Wir sind eigentlich alle analog. Wir sind komplex zusammengesetzt und wir sind alles am Ende des Tages Menschen. Auch wenn man bei dem einen oder anderen dann doch mal ins Zweifeln kommt, wenn er sich tiergleich irgendwo entledigt. Das kann physisch sein mit seinen Stoffwechselendprodukten oder es kann verbal sein im Internet durch Kommentare, die einfach nur noch eskalieren, statt nach der Ursache zu suchen. Ursache hatten wir vorhin auch schon einmal. Das ist erschreckend. Und da komme ich dann in Gedanken so ein bisschen an die Lilienkron-Ballade Trutzblanke Hans und Rungholt. Was wir hier so ein bisschen erleben, ist aus meiner persönlichen Sicht auch Sylt als neues Rungholt. Wir erleben eine gewisse Dekadenz, eine gewisse gesellschaftliche Verwerfung zwischen sehr reich, sehr abgeschottet und dann auf der anderen Seite, sage ich mal, durchaus prekäre Verhältnisse und auch Konflikte, die überall vorhanden sind und soziale Verwerfungen, die wir eben auch durch einen Obdachlosenasyl selbst auf einer gut ausgestatteten und finanziell nun wirklich nicht armen Insel Sylt haben und auch haben müssen. Da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, in was für einer Gesellschaft sind wir und bekommen wir es nicht doch irgendwie wieder auf die Kette, dass auch ein Minister auf der Insel, wenn er sich denn die Insel aussucht, privat feiern kann, ohne dass es zu einem Riesen-Happening wird, ohne dass der Staat enorme Sicherheitskräfte auffahren muss, wo er einfach, sage ich mal, ganz normal hier in die Kirche geht, sich seinen Termin bucht, hinterher ins Restaurant geht und dort auch von keinem gestört wird. Das sollte eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen. Auch ein Politiker hat irgendwann Feierabend zu haben. Diese Diskussion hatten wir auf Sylt ja schon, auch in anderem politischen Zusammenhang. Wann ist man privat und wann nicht? Da sollte man vielleicht auf Sicht wirklich mal darüber nachdenken, ob man da nicht sogar wirklich feste Dienstzeiten für die entsprechenden politischen Vertreter mit entsprechenden Zeiten auch für deren Vertreter hat, wo jeder halt dann entweder politisch im Dienst ist oder eben auch sein legitimes Recht auf Freizeit hat. Auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, wie benehmen wir uns untereinander, wie gehen wir mit uns um digital, wo die Hürden und Hemmschwellen ja erstaunlich niedrig sind, weil man denkt, es gibt kein Morgen. Es gibt immer einen Morgen. Das Internet vergisst nichts und wir müssen uns alle gerade auf so einer Insel in die Augen schauen können. Und zwar nicht nur wir untereinander, sondern auch die Gäste. Und zwar muss es da egal sein, ob der Gast nun viel Geld mitbringt oder einfach nur hier mit einem 9-Euro-Ticket auf die Insel kommt, um vielleicht mal die Natur zu genießen. Aber dabei sollte sich auch jeder benehmen wie ein Gast. Und zwar mit Respekt den Menschen, die hier arbeiten und leben gegenüber, aber auch natürlich der Natur, die man nutzt und der Infrastruktur. In diesem Sinne wünsche ich allen auch ein bisschen besinnliche Zeit, wo man einfach mal darüber nachdenkt, wo stehe ich eigentlich und muss das, was ich irgendwo schreibe, auch so eskalativ sein. Und möchte ich es vor allen Dingen auch selber hören. Weil im Grunde, wir haben alle nur einen begrenzten Zeitrahmen hier auf diesem Planeten. Lass uns den doch nutzen, um Gemeinschaft aufzubauen und nicht weiter Gräben aufzureißen. Und da bin ich jetzt fast schon theologisch beim Wort zum Sonntag, obwohl ich kein Theologe bin und auch nicht sein will und es auch für wen ich zielführe und halte. Dementsprechend möchte ich es einfach nur als persönliche Meinung und als Anregung für euch da lassen. Denkt doch mal darüber nach, kommentiert das vielleicht auch mal unterhalb der Sendung. Und wir sehen uns am kommenden Samstag um 19.15 Uhr ebenfalls wieder hier im Kanal. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche und nicht die Einwohnerversammlung in Wenningstedt. Braderup vergessen und auch so mit offenen Augen und offenem Herzen durchs Leben gehen. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend.